So, okay. Noch mehr. Mensch, du sollst tot sein. Ganz einfach. Nach oben, nach oben müssen wir. Stöp, stöp, stöp. Danke. Puh. Okay. Na, hoch hier. So. Fusionszelle, Fusionszelle, Fusionszelle. Jetzt nehmen wir auch noch mit. Hier auch noch eine Fusionszelle, bestimmt. Noch eine Fusionszelle, sehr schön. Okay. Jetzt nehme ich auch noch mal mit. Ja, dann haben wir jetzt, glaube ich, alles hier fertig. So, wo müssen wir denn jetzt hinlaufen? Ah, ich kann ja keine Karte aufmachen. Ich kann nicht abspeichern. Ach, ja, ich weiß. Wienfeld. Mann. Ich bin ja froh, dass ich wenigstens nachladen kann hier. So, tot. Ja, ich kann nicht abspeichern. Das ist natürlich jetzt gerade ein wenig bescheiden. Oh, ja. Ähm. Okay. Ja, da werden wir jetzt mal ganz kurz hier so. Und wir laufen jetzt hier entlang. Bleibt mir nichts anderes übrig. Ich kann doch nicht mein Level abmachen. Das ist natürlich jetzt ein wenig bescheiden. Nicht, dass ich den ganzen Kram jetzt gleich da nochmal machen darf. Ach. Oh. Oh. ok du hast den poweranzug an rennen vor ach ja ich kann ja kein so weißt was hier ja 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 von der seite ok dann halt so so danke für die munition springmesser ihr tötet ich suche splittergranate ja stimpack na ich hab's schon gesehen da ist noch der ganz große immer noch ach nein der ist tot ok ich trage zu viel das sehe ich gerade stirbt er ist tot ne wir gehen weiter verdammt jetzt trage ich zu viel äh warte ich kann genau so kann ich das ja machen ähm 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 ja splitter boah fünf kilo wieder schon wieder ey das kann doch nicht wahr sein das habe ich schon wieder alles aufgehoben hm 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 nein wir laufen weiter wir gehen hier hm 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 tot wir laufen in die Richtung wir laufen erstmal in die Richtung Jungs ihr kommt doch mir nach oder? weh wir treffen ich treffe ja gleich auf ne Todeskralle oder sonst irgendwas ey da bin ich ja richtig angearscht mit der Geschwindigkeit jetzt hm ja ich kann ja einfach nicht abspeichern vielleicht liegt es auch daran dass wir da hinten eben erst hin müssen und ich weiß nicht wo genau wir jetzt erstmal hin müssen kommt ihr? einer ist da? in die Hölle oh da hinten hat wahrscheinlich noch Spaß bei sich soll er haben ich weiß gar nicht wo genau wir hin sollen muss ich ehrlich zugeben weil ich auch nicht in die Karte reinkomme da achso ist ein Albino Hirsch gut da kann er bleiben ich laufe jetzt nur straks drauf zu egal was jetzt kommt bist du da? gut er ist da wenigstens hast du ne Powerrüstung warte mal du hast ne Powerrüstung hey brauchst du was? hier drüben in Ordnung jo alles klar ich kümmere mich darum ich muss dich mal was fragen hier bitte ja du sollst aus ne Powerrüstung raus ich muss da rein die kann doch mehr tragen bestimmt mal gucken ähm es geht um 7 Kilo ähm Handel ich weiß es nicht nötig ist aber du sollst sie nehmen 10? 9? boah wie viele wie du kann was hast du denn da alles aufgehoben? Och Freak was soll denn das alles was hat denn der da alles mitgeschleppt? oh man ey was soll denn das da muss ich also da rein ja 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 ich komm hier rein äh kann ich auch abspeichern ich kann endlich speichern sehr schön so dann gehen wir mal hier was hast du denn alles dabei denn okay ich weiß dass ich jetzt zu viel trage aber so geil wir können in der karte zugreifen wo sollten wir denn hinrennen wir müssen in die stadt laufen okay wir können endlich uns leer machen bin ich heilfroh drüber ein wenig glücklich na gut dann machen wir uns erstmal hier leer können wir in ruhe laufen ja hey leute da erstmal alles ablegen so was hätten wir denn da erstmal die hier weg 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 ich weiß ja nicht warum er das alles mit sich eingepackt hat der kerl siehst du sagst du mir bescheid dass du dich vollstoß ja also ich brauche seine trage kraft und der mühlt sich noch voll der kerl sollten das so t45 am bleibt einer bleibt auch da erstmal so sind rüstung sind rüstung so so viel brauchen wir nicht na die wiegen ja eigentlich nichts so ja schon wieder ein wenig leichter das heißt wir legen jetzt die 41 ist die pistole seht ihr und die heißt 32 zehn millimeter ja ja ach komm dann legen wir die einfach ab und gut ist okay ach so stimmt ja ich habe ein paar anzüge schon mal vorbereitet ich hatte ja schon mal was vorbereitet gehabt fusionskern 20 rein damit einsteigen ich brauche noch eine reparatur station wo stelle ich so die stelle ich dahinter ab nein ich kann nicht aussteigen ah so kann ich aussteigen ok so fusionskern mit 20 einheiten da ganz kurz reparieren und gut ist was sollen heißen die farm ist nichts besonderes also nicht ausrüsten reparieren so den stellen wir zu den anderen erstmal hin ist ja nicht so dass wir ein zwei haben so mal gucken wie viel haben wir denn jetzt da hinten schon mittlerweile stehen vier ne fünf jetzt kommt hier nummer nummer 6 ha sehr schön so x01 das sieht eigentlich sehr praktikabel aus aber da fehlen ja halt teile mal t60 hier habe ich torso helm linkes bein hier habe ich nur torso helm hier fehlt nur ein helm nur noch das ist der 45er ja auch haben wir schon mal ein paar wir kriegen bestimmt noch die ganze reihe hier voll so so ähm ihn haben wir leer gemacht mich auch ähm wir haben hier ziemliche Probleme ich hoffe du kannst uns helfen was heißt denn hier ziemliche Probleme ich will nur ein bisschen handeln sicher was heißt denn ein paar Probleme Freundchen rede mit mir sag was für Probleme ist das wasser angegriffen worden oder was ne die laufen wunderbar kein feuer dran okay ähm hopp dann gucken wir mal so drauf äh wir haben Essen Wasser Energie alles okay Morals ist doch alles rot ich mag die so dermaßen überhaupt nicht ja gott ey wäre sie keine nette frau ja oder die dazu gehört dann hätte ich die schon längst über den jordan geschickt muss ich echt zugeben ich denke quatsch ey ist nicht was wir jetzt tun sollen so ehrlicher als Landwirtschaft kann Arbeit nicht sein ja o k halt wurden wir etwa angegriffen oder was nö sah jetzt so aus okay cool dann mal weiter da dahin müssen wir also gehen wir auch dahin gleich die die Kanone die Waffe müssen wir noch ausrüsten die Pistole die erinnert mich einfach an James Bond die Pistole jetzt ohne Schalldämpfer oder ne mit den Schalldämpfer hat sie ja auch gehabt bei GoldenEye auf der N64 schön Tattoo ja richtiger beinharter Matrosa na wollen wir noch heute laden oder ah äh okay ähm Q für die zwei so rennen 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 ja ich wusste das wir kriegen doch einen ab so hier noch